Moin, ihr Strickbegeisterten. Ja, so kann es gehen, wenn man sagt, dass man bald wiederkommt, auch in den Kommentaren. Ich glaube, es war ja kurz vor Weihnachten, äh, vor Weihnachten, vor Ostern, dass ich den letzten Strickpodcast aufgenommen habe, das letzte Video. Und, äh, ja, da war eigentlich der Plan, dass ich in den Ferien, ähm, noch einmal aufnehme, aber das, äh, ja, wie man Kindern auch immer sagt, gleich oder bald. Man weiß, wie dehnungsfähig diese Worte sind. Es tut mir leid, es hatte Gründe und, ähm, ja, ganz kurz dazu. Also erstmal haben wir nach wie vor Umbauten in diesem Haus und wir haben in der ersten vielen Woche heftig hier noch am Haus, äh, das neue Schlafzimmer zurechtgemacht mit Holzfußbodenversiegeln und ach, streichen und einräumen und so weiter und so weiter. Ähm, nebenbei habe ich natürlich im Garten ohne Ende gearbeitet, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Und wir sind dann die nächste Woche nach Fahne gefahren und, äh, da musste natürlich auch alles für vorbereitet werden und, äh, das ist ja so, da haben wir ja unser Ferienhaus und man verpflegt sich selbst. Und mein Mann und ich sind beide Allergiker mit verschiedenlichen Sachen, also man hat reichlich auch Nahrungsmittel mitzunehmen und das zu bedenken. Aber wir hatten eine traumhafte Woche. Ich werde euch, ihr hört es an meiner Stimme dazu gleich mehr, äh, ich werde euch zwischendurch Bilder, ähm, äh, ja, praktisch reinpflegen. Wer das nicht sehen möchte, kann es ja überspringen. Aber wir hatten ein so, wir hatten mit der zweiten Woche, also nach den Osterfeiertagen, dann, äh, so wunderschönes Wetter auf Fahne im Norden und, ähm, da hatten wir richtig Glück und das hat uns total gefreut. Und, ähm, ja, und dann dachte ich mir, eigentlich wollte ich noch vor Fahne aufnehmen und ich hatte schon relativ viel gestrickt und dachte, das könnte ich gut zeigen. Aber, ja, wie gesagt, das einräumen und noch einen Schrank zusammenbauen und, äh, dann irgendwie kam es nicht dazu. Und ich dachte mir, okay, dann machst du das eben halt gleich, wenn du aus Fahne, von Fahne zurückkommst. Und, äh, von Fahne zurückgekommen lag dann auch zu viel an mit Wäsche und in der Schule und jedenfalls dachte ich, okay, dann jetzt, nächstes Wochenende ist zwar lang jetzt, aber gut, dann, dann hast du auch noch das fertig. Und dann kannst du das auch zeigen und wie es denn so ist, ne? Waren wir zwischendurch, waren wir noch mit meinem Sohn, äh, in Lübeck schön essen und dann sagt er mir, oh Mama, ich soll dich übrigens grüßen. Da komme ich zur ersten Sache, äh, und zwar war aus, ähm, einem benachbarten Ort in Mecklenburg-Vorpommern, äh, jemand da, der Paul erkannt hat aufgrund meiner Videos und hat ihn angesprochen und, äh, ja, hat seiner Musik zugehört. Ähm, liebe, äh, vielen, vielen Dank für die Grüße, ich habe sie bekommen, habe ich die auch schon geschrieben und, äh, fand ich sehr nett. Nun, ich meine, da komme ich dann auch nochmal zu Farnö, ähm, abgesehen davon, dass wir traumhaft wunderschöne Tage hatten, wir ein so schönes Erlebnis mit einer Zuschauerin von meinem Podcast. Ähm, ich, also das war so ein schönes Erlebnis, wir gingen über die durch die Hauptstraße und, äh, eine Frau, die mir gleich sympathisch war, als ich sie sah und sie guckte mich auch irgendwie so an, äh, dachte ich, ja, das ist ja eine nette Frau, die sieht ja toll aus. Und, äh, jedenfalls, wir gingen vorbei aneinander und dann drehte sie so, ich sah das und kam auf uns zu und meinte sie, sind Sie nicht Freistil? Ich sag, ja, und dann sagt sie, ja, ich hab das auch, sie und dann der Pullover von ihrem Mann und dann jedenfalls, es war so, ich kann mich so gut an die Kommentare von, von der lieben Kommentarschreiberin erinnern, ich möchte die Namen jetzt nicht immer so nennen, aber das, die waren mir so, das haben mir so zu Herzen gegangen und ich hab mich so gefreut, sie zu treffen und, äh, ja, das war ein ganz tolles Erlebnis. Und nochmal liebe, herzliche Grüße und ich hoffe, wir sehen uns auf Farnö mal wieder. Genau, ähm, ja, also es war rundherum, war es wunder, wunder, wunderbar auf Farnö und ihr seht es ja an den Bildern, also ich kam schwerst erholt wieder und, ähm, ja, dann ging das hier irgendwie holter die Polter mit tausend Arbeiten und so weiter und Sonnabend hab ich mir dann, war noch erst, hab noch plikiert und hab mir noch nachmittags die, alles schön hier hingelegt, weil ich am nächsten Morgen, in aller Herrgottsfrühe, wie ich das gern mach, am Sonntagmorgen aufnehmen wollte und dann, boi, ne, Corona, das dritte Mal in diesem halben Jahr und zwar heftig. Also das ist jetzt ja, ja, eineinhalb Wochen her, ich bin seit gestern wieder in der Schule, kam heute wieder, jetzt geht's schon wieder, heute Nachmittag geht's schon wieder ein bisschen besser, vorhin war es noch schlechter, also ich hör mich ja so ungefähr an, wie die Staatsanwältin von Tarot Münster, glaube ich, allmählich, ne. Ähm, ja, ursprünglich wollte ich, als ich das das erste Mal aufgebaut hatte, bevor ich Corona bekam, äh, wollte ich noch die Gitarre dabei haben und singen für euch, komm, lieber Mai und Mache, aber das ist ja im Moment nicht drin, ich hab hier auch meinen Ingwertee, ich wechsel das immer ab mit Gundermann, Spitzwegerich aus dem Garten oder Ingwer oder beides zusammengeschüttet, äh, und, äh, mit meiner schönen Tasse, Zeit für mich und Zeit für euch. Und, äh, boah, stinke mich, ach, ja, jedenfalls, ähm, ist die Stimme also immer noch nicht in Ordnung oder auch die letzten zwei Tage natürlich nicht besser geworden in der Schule, also ich, tut mir leid, aber ich muss mal aufnehmen, also komme ich überhaupt nicht in der Hehe, denkt ihr, ich bin verschutt gegangen, denkt ihr wahrscheinlich, ne. Und, äh, wie gesagt, ich hatte vor Fani schon viele Projekte fertig, während der Corona-Sache, also die ersten Tage gingen gar, gar, gar nichts, das war schlimmer als das letzte Mal im März sogar, äh, und dann hab ich eben halt so Easy-Going-Projekte gemacht, ähm, die aber auch sehr schön geworden sind, finde ich, und, äh, oder die noch auf den Nadeln sind, ihr werdet das ja sehen, ähm, ähm, ja, also wenn ich das jetzt so rein sprechtechnisch, äh, nicht so richtig, äh, hinkriege, heute der Reihe nach, also zwischendurch mal husten muss, oder sonst was, ähm, zu sehr husten muss, dann werde ich zwischendurch eine kleine Fotostrecke einbauen, sei es aus dem Garten, weil da müsst ihr ja auch ein bisschen geobdatet, wie man Paul früher sagte, als sein Loch klein war, Mama, da, man muss, man muss sich auch mal obdaten, ich sag, was muss man, okay, ja, jedenfalls, ähm, also, Gartenfotos-Update obgedatet, und natürlich habe ich von Farnö auch ein paar Eindrücke, wie, äh, Impressionen, ich war zwar diesmal nicht, äh, wir haben wirklich uns nur komplett losgelassen, wir haben also nur Programm aus der Sekunde gearbeitet, also, so wie wir Lust hatten, so wie wir Lust hatten, einfach so, das war total entspannt, das Wetter war eben halt, ja, wie gesagt, ein Traum, wie gesagt, und, ähm, insofern, ich war kein, ich war, ja, in keinem Wollgeschäft, äh, ich war bei Genbrook in diesem Second-Hand-Laden, wo ich immer gerne meine Kleider kaufe, und da habe ich ein bisschen Wolle mitgenommen, da kommen wir später zu. Ja, also, ich würde sagen, wir können anfangen, ne, zum Thema Second-Hand und Upcycling, komme ich mal gleich zur, das ist klar, ne, ne, ich werde heute so einiges zeigen, ne, äh, aber alles selbst gekauft, ähm, und unbeauftragt, und, äh, ja, aber ich mache halt Werbung für verschiedene, aber aus eigener Überzeugung. Ja, kommen wir zu dem, was ich anhabe, längere Zuschauer meines Podstrick-Podcasts kennen das, das war ja so ein, so ein Allerweltspullover meines Sohnes, ebenso in so einem, in so einem, wisst ihr, in so einem Geschäft, wo die Jugend ja mal kauft, äh, und, ähm, oder die ältere Jugend auch kauft, und, ähm, jedenfalls war der total löchrig und kaputt, und, äh, da habe ich gesagt, Paul, bitte keine Textilien wegschmeißen, bevor sie nicht unter meinem Auge einmal die Prüfung, ob ich damit was anstellen kann, äh, und dann hat er mir den gegeben, da war irgendwie da ein Loch und da ein Loch, und jeweils habe ich den komplett hier bei den Armen und hier einmal abgeschnitten, habe ihn mit dem Zickzack der Maschine versäubert, könnte man wahrscheinlich auch abhekeln, ja, und dann habe ich hier dieses Lochmuster reingehäkelt, diese Sache, man hätte natürlich auch ein schwarzes T-Shirt machen können, aber, naja, gut, beim Armen seht ihr es, und, äh, dann eben noch oben gestrickt im Rackladen, das habe ich letztes Jahr in einem Video näher beschrieben, aber das ist mein Upcyclingpullover, und den mag ich sehr, sehr gerne, mir fiel dabei nur auf, dass ich, äh, kein Tuch habe in so einem Altrosé mit Grau, also das wird sicherlich ein Projekt werden, äh, was ich mal angehen muss, genauso wie so, ja, aber da kommen wir später zu. Abgesehen davon aber bei diesem Schlafzimmereinräumen, ja, Gott sei Dank habe ich Freundinnen, die sich freuen über meine Stricksachen, und, äh, sodass ich dann auch mal was loswerde, weil, äh, die Schränke quillen über, und ich meine, es ist ja schön, ich liebe meine Stricksachen, aber ab und zu, ich muss auch was verschenken, und das muss ich einfach, und will ich einfach, weil ich mir, weil es mir auch Freude macht, wenn ich meine lieben Freundinnen und Freunde da drin sehe, und sie sich freuen und gewärmt sind. Jo, gut, kommen wir zu den fertigen Projekten. Äh, fangen wir mal an mit meinem, äh, Geburtstagsgeschenk von meinem Mann, der hatte mir in blau, in einem wunderschönen blau, mehr blau, Brushed-up-Hacker geschenkt, und ich habe daraus hier eine Tunika gemacht. Ich habe die gleich mal auf Bügel mit meinem Kleid, ich nehme sie aber runter. Die ist fertig geworden. Ihr seht es, ich trage Fotos, kommen später. Ähm, apropos, in irgendeiner Fotostrecke, ich glaube, die aus dem Garten, da habe ich, äh, den, ähm, den, äh, 100-Wasser, äh, Kurzarmpullover an, mit einem Glas Wein in der Hand, das war vorgestern. Nicht, dass ich den Wein getrunken habe, das kann ich im Moment überhaupt nicht ab, äh, aber ich habe meinem Mann das Weinglas gebracht, und ich sagte, er hatte gerade das Handy an, oh, ich sage, mach jetzt mal sofort ein Foto. Ich habe mir mal versprochen, dass ich nochmal mit Weinglas im Garten diesen, diesen Pullover präsentiere, insofern, in irgendeiner, in der Gartenfotostrecke wird das dann mal zu sehen sein. Und da wir heute Morgen technische Schwierigkeiten hatten, habe ich das von seinem Handy abfotografiert, also entschuldigt die Qualität, aber ihr seht, ich bin bemüht. Nicht? Genau. Oh, meine Güte, echt, frei intonierter Keuchhusten. Äh, so, ähm, ja, also, die Tonika, ich finde, sie ist so super schön geworden, sie passt auch toll. Ihr seht, ich habe hier so ein Kleid, das ist keine Werbung für diese Firma, ich mache so, ne, ein Dunkelblaues, und man kann auch ein Laien-Strandkleid drunter nehmen, oder eine Jeans, oder was auch immer. Es sitzt sehr, sehr gut. Äh, nochmal kurz zur Erinnerung, ich habe hier eben halt, ähm, rechts-links Muster, und die praktisch die linken Reihen immer mehr reduziert, dass die immer schmaler wurden, nachher auch die rechten Reihen, sodass ich nachher hier ohne Raffung auf, äh, die Enge komme bei der Brust. Ich hatte ja ursprünglich, erinnert euch, ich habe es auch immer noch, das kleine Loch da. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe nachher an den, einfach nur, äh, rechts an den, an den Kragen, äh, beziehungsweise von der Seite gesehen links, an den Kragen ran gestrickt und die Enden verlängert, sodass ich die nachher hier einmal durchziehen konnte und einmal festnehmen konnte. Ich finde das ganz hübsch, ich wollte ja ursprünglich hier raffen, ähm, aber tat nicht nötig, weil es sitzt von alleine genau so, wie ich es will. Und, äh, ich finde das ganz hübsch, dass ich hier diese Sache, äh, diese beiden Schnüre sozusagen, die ich hier durchgezogen habe, äh, dass ich, äh, dass die sich hier so, ne, das sieht, ich finde, das sieht irgendwie, weiß nicht, das sieht hübsch aus. Ich mag das gerne, ne, und hier einfach, einfach schlicht gegen. Es rollt sich ein bisschen, aber es soll auch so schlicht sein, weil es, diese Rippe, die da ist, die erinnert ja natürlich dann wieder hier an diese, ne, und insofern passt das dann schon schön zusammen. Den Arm habe ich ja angesetzt, ich hatte ja hier oben eine schräge Schulternaht gemacht, das heißt, ich habe erst einen abgenommen, dann zwei abgenommen, dann vier abgenommen, dann acht abgenommen, dann 16, bis ich oben war. Dadurch ergibt sich ja so eine Schulterlinie, und das habe ich dann ja rechts links gemacht, sodass sie ein bisschen über die Schulter rüberkippt. So, und da habe ich mit leichtem, mit leichtem Puffärmel angesetzt. Oh, ich sehe noch einen nicht vernähten Faden. Okay, und hier unten bin ich auch ein bisschen gerade noch gegangen und habe hier unten dieses Stielelement quasi in klein wiederholt. Ne, das fand ich ganz passend. Und je nachdem, was man auch eventuell drunter hat, ein T-Shirt, dann trägt das nicht so auf und liegt locker drüber. Das finde ich eigentlich ganz schön. Es ist sehr schön kuschelig, ich kann damit gut sein. Mein Hinten eigentlich ganz schlicht so. Und ich werde auf jeden Fall Tragefotos zeigen auf Fahne am Meer, das wird ja sehr passend, obwohl ich da vielleicht gar nicht zu sehen bin, wie rote Tomate auf rotem Hintergrund oder so. Aber gut, das werdet ihr schon, die Gischt und die Wellen und was ich, was werden das schon zeigen. Genau, ja, also erstes fertiges Projekt. Meine Tunika, ja, genau. Gott, wie viele Maschen habe ich aufgenommen? Hier unten sind auf jeden Fall immer eins, ich glaube 280 oder so. Und dann eben halt immer verjüngt gestrickt. Aber das muss ja auch jeder ausrechnen, je nachdem, wie dick und dünn und wie lang. Und ich habe ja ungefähr immer hier so in solchen Abständen erst größer, dann immer kleiner werdend die Reduzierungen gemacht. Und ja, der Rest muss eh angepasst werden. Ne? Alles klar. Ja, erstes fertiges Projekt. Also das war schon, ja, vor Fahne fertig. Aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, weiß ich auch nicht. Was war da los? Ich weiß es nicht. Oder ich hatte noch den Kragen zu machen oder irgendwas. Das war jedenfalls schon fast fertig. Ja, dann erinnert euch bitte. Ich hatte ja letztes Mal dieses tolle, 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 tolle liebevolle Paket von Wolleule bekommen. Alex, die sich bedanken wollte für meinen Podcast. Also ich kann mich genauso mindestens ein tausendmal mehr auch bedanken für ihre ganzen tollen Tutorials. Und da hatte sie mir doch tatsächlich dieses Akantustuch, das sie neu beschrieben hat, also das sie neu gestrickt hat, wo sie auch Tutorials rausgegeben hat, mir zugesandt. Weil ich damals, ja, nochmal ganz kurz, weil ich damals das, wie ich oftmals versprochen habe, in meinem Podcast mit dem Ornamentus. Und deswegen fand sie es so lustig und hatte daraus ein Akantus gemacht und an mich gedacht und mir das zugeschickt. Neben tollen Wollen und allem. So, ich war parallel aber schon am Akantustrehekeln. Also, und wusste ja nicht, dass sie mir eins zuschickt. So, und dann habe ich natürlich Alex gefragt. Ich sage, Alex, hast du was dagegen, wenn ich, ich habe dein Akantus angefangen und wollte eigentlich das Akantus häkeln, weil das ja in besonderer Beziehung zu mir steht. Sekunde, ich muss mal kurz ein bisschen Öl. So, und dann sagt sie, macht überhaupt nichts. So, und dann habe ich angefangen, Akantus angefangen, aber dann habe ich auf meine Weise weitergemacht. Und zwar, sieht meins jetzt so aus. Also, ihr, das habt ihr ja letztes Mal auch gesehen. Ich hätte es ja nicht hochrücken können, aber ich werde es demnächst mal tragen und dann werdet ihr sie sehen. Und sonst guckt bitte den, den, den Wolläule. Ich verlinke das, wie immer, verlinke ich alle Sachen unten. Denkt dran, mehr, anklicken, darunter macht sich das auf. Da verlinke ich alles, wen ich erwähne, was ich erwähne. So, und ich habe hier dann mit, ne, habe ich an das Akantus Muster, das ja hier sich befindet die ganze Zeit, habe ich dann diese Sache ran gehäkelt. Ich gehe mal dichter, damit ihr das ein bisschen erkennen könnt, wenn ihr screenshotten wollt oder wie auch immer. Ja, und insofern, Farnö lässt sein blaues Band. Ich finde das, also, ich mag es total gerne. Es wird auch vielleicht, hat natürlich eine andere Blauqualität und wird vielleicht auch too much. Aber ich finde das total schön. Also, die Wolle hat so einen leichten Glanz drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird wie immer von der Firma Lang irgendwie so ein Verlaufsball. Und, ähm, habe ich bei der Andrea, am Anmatree, äh, hier in dem Hafen Anker bei ihr gekauft. Und finde ich, macht sich sehr, sehr gut. Also, natürlich auch ganz besonders so, also, ich finde, steht mir gut und, äh, trägt sich gut. Und es ist ein schönes, ein schönes Tuch für, äh, ja, sommerliche Bekleidung, Baumwolle und dann eben halt dieses Glanzkarn drin. Und ich bin da sehr glücklich drüber. Und ich finde, dass das ganz, also, diese Sache passt schön zu dem, äh, Acanthus oben und dann eben die Hegelkante. Und insofern habe ich eine Variante und nicht zweimal das gleiche Tuch. Liebe Alex, das mindert, also, ne, das ist nicht deins, am Gottes Willen. Äh, deins habe ich total gerne an. Und ganz besonders in letzter Zeit, weil es eben halt auch noch ein bisschen wärmer ist. Und mein Hals wärmt statt diesem hier. Aber wie gesagt, ich, äh, wollte gern dann zwei verschiedene Tücher haben. Aber das ist ja eben halt, wo dein Muster, dein tolles Muster mit drin ist. Ne, dieses Acanthus-Muster. Das ist zwar nicht das, ähm, das Randmotiv da mit drin, sondern eben halt, das habe ich eben halt verändert. Aber bitte guckt da rein und häkelt euch auch eins. Das kann man immer gebrauchen. Ne, genau. Also, meine Variation, Tune zum Acanthustuch. Projekt Nummer zwei. Ja, dann, äh, äh, hatte ich, ähm, ja, dann liegen Geburtstage an. Und Jana, jetzt nicht hingucken. Mama, sag dir wieder Bescheid, wenn du hingucken kannst. Bist du weg? Okay. So. Nicht zuhören, um die Ecke. Okay. Ja, ähm, ja, äh, ich hatte, ich weiß, dass sie gern hellblau mag und, ähm, ich habe auch andere Sachen für sie. Aber ich dachte mir, ach, man häkelt ihr nochmal schnell was. Und was kann man schnell häkeln und was passt zu so einer jungen Frau? Ich dachte mir, mach's auch mal einen Suchtlappen. Allerdings den Suchtlappen mache ich, habe ich ein bisschen verändert. Ihr kennt mich. Erstens habe ich nicht in der Anleitung gearbeitet. Insofern darf man den vielleicht gar nicht. Versuchtlappen muss ich den vielleicht nennen. Aber ich habe ihn jetzt so gemacht. Ich habe ihn, also unten, äh, äh, eine Krausrechtskante. Und dann habe ich vor allen Dingen, in der Mitte bin ich früher angefangen mit dem Rechts-Links-Muster. Ich finde es ganz schmückend, wenn sowas ein bisschen so läuft. Also vom Rechts-Links-Muster statt, dass es gerade läuft. Das finde ich ganz nett. Das habe ich vorne und hinten gemacht. Äh, und habe dann oben auch nicht gerade abgeschlossen, sondern einen kleinen Halsausschnitt gemacht. Finde ich auch so für, für die Idee schöner. Und ich habe hier eine sogenannte Fake-Naht. Ich weiß nicht, ob das zum Suchtlappen normalerweise gehört. Ich habe sie eingebaut und mit Links-Maschen. Und was ich noch gemacht habe, ist, dass ich eine kleine Taillierung durch eine zweimalige Abnahme hier gemacht habe. Sodass es so ein bisschen tailliert auf Hüfte läuft. Also von Taille rüber auf Hüfte. Ja, ich habe zwei Garne zusammengenommen. Und zwar einmal, was ich noch übrig hatte, das Brushed-Alpaka. Und dann habe ich, äh, einen Garn dazu genommen, was ich auf Farnö bei dem Second-Hand-Laden mir, äh, besorgt habe. Und zwar, äh, ist es dieses hier. Ich habe das, glaube ich, ungewickelt auch noch als Foto da. Blende ich euch sonst nachher noch mit ein. Ähm, das habe ich gemischt mit dem Brushed-Alpaka. Und habe, finde ich, diesen schönen Klang, diesen schönen Farbklang. Ich mag ja gerne diese melierten, äh, Garne. Also ich, ich finde es ganz schön. Und, ähm, ich hoffe, sie freut sich drüber. So, jetzt kann das Kind wieder reingeholt werden. Ich packe das auch woanders hin, wo sie das nicht sieht. Alles klar. Ja, und dann, dann war ich ja Farnö und dachte mir, ich brauche irgendwas, was ich auch so, ja, am Strand einfach umwerfen kann. Und vor allen Dingen auch, wenn die Haare nachher im Sommer nass sind, am Kopf. So, und da habe ich dann dieses Teil, was ihr auf dem Titelbild heute gesehen habt, gehäkelt und gestrickt. So, irgendwie bin ich, wie viele andere auch, ist Häkeln zur Zeit nicht unwichtig, sagen wir es mal so. Ähm, und zwar, ihr habt es ja gesehen, es ist dieses Tuch. Ne? So, und das hat eben halt die Eigenschaft, abgesehen davon, dass es eine Kapuze hat, hat es die Eigenschaft, ich habe hier zwei Knöpfe herangepackt, dass ich natürlich durch die Lochmuster, die hier sind, boah, wenn man das zeigen will, durch die Stäbchen, die ich hier habe, kann ich das hier so verknupseln da, wollte ich sagen. Richtig. Und, ähm, ich zeige es euch jetzt mal genauer, was ist das Besondere. Also, ich habe, wie meine, wie ich das jetzt so immer so gerne mache, ich habe eigentlich ein Dreieckstuch angefangen, zunächst. Und zwar mit dieser gehekelten, mit diesem gehekelten Anfang. Na, das seht ihr. Da nehme ich mir eine Schlaufe und dann häkle ich da sechs Stäbchen rein und die sechs Stäbchen werden verdoppelt und so weiter und so weiter. Tja, und, ähm, Sekunde. So, und dann mache ich hier eben halt meinen Anfang. Ich halte ihn mal dichter ran, die Leute, die häkeln können, was damit anfangen. So, und dann seht ihr schon, ich habe da nicht weiter gehäkelt, sondern ich habe dann weiter gestrickt. Das heißt, aus der Wange, der Häkelmasche, habe ich dann mit der Stricknabel die Wangen hochgenommen und dann habe ich erstmal wieder eine Runde gestrickt. Das Stricken habe ich mit Lochmuster, ne, und mit Krausen rein. So, dann habe ich abgekettet, dann habe ich wieder gehäkelt. Na, und ihr seht es da, Stäbchen und Reliefmaschen und zwei Maschen in einem und dann mit Luftmaschen und Büschelmaschen. Mit Reliefmaschen wieder abgekettet und dann wieder gestrickt. Also, diese Muskel habe ich wiederholt. Das Ganze fing an, sich sehr zu rüschen. Da war ich am, ne, ich, also ich habe zugenommen einmal hier oben. Ich habe zugenommen einmal hier in der Mitte, immer rechts, links. Und beim Häkeln habe ich das dann auch eben halt in der Mitte, denn eben halt mehr Maschen gebracht bei den Büschelmaschen und so weiter. So, und nichtsdestotrotz fing das Ganze an, sich so ein bisschen zu willen. Und ich dachte mir, meine Güte, machst du das jetzt auf oder was machst du? Naja, jedenfalls habe ich dann eine, ja, eine Bordüre gemacht oder eine Kante, von der ich erst dachte, was ist das jetzt, was mache ich da eigentlich? Aber wisst ihr was? Also, je länger ich die jetzt gemacht habe, abgesehen von dem Perlchen hier mit dem Doppel unten, ne, das erinnert mich total an so eine Blüten, wie sie da auf Muscheln sind. Ich habe also um Luftmaschenketten, dann Stäbchenketten, das Ganze wieder zusammengezogen. Ich versuche das euch mal dichter ranzuhalten, damit, falls es jemand machen möchte, also dafür eine Strickschrift aufschreiben, das geht nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich schon, aber will ich nicht, das würde Lebenszeit kosten ohne Ende. Aber, ich meine, es geht ja auch darum, dass man sich selber Sachen ausdenkt, ne. Ich habe also große Luftmaschenketten gemacht hier, wie ihr seht, lässig verhalten, ne, die ich dann so längs gemacht habe und dann wieder rangefügt und dann habe ich die nachher umhäkelt mit Stäbchen und ach, einfach denn, wenn man in das Tal, nächste Tal will, macht man dann dreifach Stäbchen und solche Sachen. Einfach, ja, gucken, wie man hinkommt und ich finde es total schön, weil es mich wirklich daran erinnert, an diese, an diese, ja, diese kreisrunden Polypen, die sich immer auf irgendwas festmachen. So, und dann hatte ich das Tuch soweit fertig und finde es auch sehr schön so, weil das natürlich auch, dadurch, dass es so ein bisschen Weite hat, kann man es natürlich auch wirklich schön übereinanderlegen und gerade hier ist man schön warm und dachte mir, was nützt dir das, wenn es hier so schön warm ist und überhaupt warm ist, aber der Kopf ist kalt. Dann machst du da eine Mütze zu, du hast ja noch Wolle da und dachte mir, nee, also irgendwie wäre es schon praktisch, da eine Kapuze zuzuhaben. Und so, und dann dachte ich, okay, dann machst du jetzt eine Kapuze da dran, dann habe ich das Ganze praktisch oben, hatte ich sowieso, am Ende bin ich hier, von dem Faden sind übrigens, wenn ihr die Farnö-Strandbilder seht, das sind Farnö-Strandfarben, ne, dieses nordische, jüdländische Licht, dieses hellblau mit dem Sand, ja, insofern, das passt schon sehr schön. Färdlig, oh färdlig, oh vare Döster, der är din stramme, din böngesager, Untertitelung des ZDF, 2020 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 weiß ich noch nicht, ob ich damit, ich bin noch nicht ganz fertig vielleicht, dass ich vielleicht noch was anderes da ranbringe, vielleicht noch ein bisschen Glitter, Glitter, ich weiß nicht, ich habe so silberne kleine Muscheln, dass ich die vielleicht mit, aber Silber weiß ich gar nicht. Ich muss mal gucken. Also auf jeden Fall ist das eine Idee, die restlichen Perlen da noch zu benutzen und da irgendwie so was umzuhaben. Obwohl ich eigentlich auch vorne am Strand immer meinen großen Bernstein, den ich mal gefunden habe, trage als Glücksbringer. Ihr seht auch bei den Fotos, ich habe wieder einen kleinen schönen Bernstein gefunden und es ist einfach immer ein Glück, wenn man das so sieht, der strahlt einem so entgegen, genau wie der Pelikanfuß, der da wieder im Sand lag. Ist schon schön. Genau, ich habe dann aber noch vorne auch für den Strand habe ich mir noch so eine Das ist jetzt in Corona-Zeit entstanden, weil da konnte ich einfach nur so leichte kleine Sachen machen, als es mir denn besser ging. habe ich mir so eine Strandtasche aus vierfach gehaltener Baumwolle gehäkelt, das heißt magische Mittelfaden und dann habe ich ein Fünfeck, also sprach fünf Dreiergruppen zusammengemacht, Stäbchengruppen und dann geht man immer in die an den Löchern, das seht ihr da ja, das sind ja immer so Fünfecklöcher, da macht man dann immer die Luftmaschen und da geht man das nächste Mal auch mit seinen Luftmaschen rein und jede Reihe werden es dann nicht drei, sondern sind es fünf und dann sind es sieben und dann sind es neun und so geht das dann immer weiter. An der Seite häkelt man ein extra Sonnteil, das kann dann nachher hier so rangehäkelt werden und dann habe ich hier noch so eine Lasche gemacht, da ist noch eine Perle übrig und ich habe auch das hier so leicht nochmal zugemacht, weil dann Sachen nicht so rausfallen. Ich habe jetzt einfach mal so ein Handtuch drin als Beweis, das passt rein und es würde auch eine kleine Plastiktüte oder eine Dose für die Muschel und Bernsteinfunde reinpassen und das ist dann das richtige Format und waschbar, vor allem wenn das da eventuell von den irgendwelchen Seesachen nicht mehr ganz gut riecht, dann kann er sie in die Waschmaschine und dann kann man das um sein, kann man es umwickeln und mit an den Strand nehmen. Genau, das habe ich dann noch dazu gemacht, also auch noch ein fertiges Projekt. Ich muss was trinken. Ich hoffe, ich kriege an diesen Wochenende nämlich in die richtige Richtung. Aber ich wollte euch unbedingt den Podcast aufnehmen, weil das ist so lange her schon und es sammelt sich an. Ich vergesse ja mittlerweile, was ich dazu sagen will und überhaupt, ihr fehlt mir mit euren Kommentaren und ich weiß, dass ihr da auch sitzt und euch freut. Weitest geht's, glaube ich. Und ja, deswegen ist das ganz schön. Wohlsein, Ingwertee. Gut, weiter geht's. Dann habe ich, ja, wo ich hier gerade bei einer Tasche bin, Susanne Orient-Bayern, die hat ja auch dann da letztens wieder etwas in Erinnerung gebracht und zwar, ich habe da nur mal auch Corona, nur eine Kleinigkeit nachher, sie macht auch wieder, fängt da wieder diesen Taschen an. Ich weiß, quietschebunt. Ich habe diese Wolle einfach gehabt. Ich konnte, ich habe mir einfach nur was gegriffen und dann ist gut und ich hatte diesen Reißverschluss und dann dachte, was passt denn da für eine Wolle, ist da irgendwie ein bisschen grün. Ja, ist ein bisschen grün, also nehme ich die. Ist auch noch nicht ganz fertig, ich habe das ja noch nicht ganz vernäht. Aber, liebe Susanne, ich warte auf diesen Karl, weil das wird total nett. Das ist übrigens eine schöne Sache für Silvias 24 mal Weihnachten Karl oder mit C geschrieben oder ne, für diese Weihnachtsgeschenke, weil so eine kleine Tasche oder ob sie kleiner oder größer ist, also Susanne Orient-Bayern, liebe Grüße, die möchte ja, das hatte sie gesagt und ich hatte ja gleich gesagt, da mache ich mit, also wenn du so einen Karl machst und ich habe einfach das mal wieder ausprobiert. Ich habe das mal im Zusammenhang mit, Gott, wie heißt die Isländerin, Todd Deer, die so tolle Decken macht auch. Ich schreibe es in die Infobox oder ich glaube, ihr wisst es auch. Jedenfalls, die hat auch mal so ein Tutorial gemacht über, wenn es um Mosaikhekeln geht mit einer Tasche. Aber ich glaube, Susanne hatte da ein ganz besonderes Muster. Ich habe hier Stäbchen und Stäbchen und feste Maschen abwechseln lassen und auf besondere Weise reingestochen. Ne, also seht ihr das? Ist scharf. Ich meine, Muster, Farbe frisst Muster also, aber gut. Ne, und ich meine, solche Sachen, die kann man ja mal gut gebrauchen, sei es Projektbeute, obwohl ich die ja immer, ihr wisst ja, ich habe ja immer meine Kissenhüllen eigentlich grundsätzlich, weil die besser auf dem Sofa dann nicht so bunt aussehen. Aber ich meine, man kann sowas ja immer gebrauchen für irgendwelche Kleinigkeiten, die man zusammen wegpacken will. Oder auch mal ein paar, obwohl Strom würde, dann gehen die Nadeln durch und so müsste man das füttern. Kann man ja auch. Aber es gibt ja schon Sachen, die größer sind, gröber sind und die da nicht durchrutschen. Und finde ich eine schöne Sache und die könnten, das könnte auch ein kleines, nettes Weihnachtsgeschenk sein. Wie gesagt, ich habe hier hinten den Reißverschluss noch nicht zu Ende vernäht, aber ich würde es trotzdem als fertig betrachten. Genau. Also das waren so Corona-Projekte, weil ich da einfach nicht so viel denken, wisst ihr, konzentrieren auf den Punkt ging nicht. War froh so, naja, egal. So, dann hatte ich noch Wolle über von dem Nordsee-Tuch und dann habe ich gedacht, meine Güte, das habe ich ja auch beim Einräumen des Schlafzimmerschrankes, als die ganzen Klamotten aus vier Etagen unseres Hauses dann wieder zusammengetragen wurden. Ich habe vor, ich bin ja so jemand, ich bin ja diesbezüglich, also eine ganz schreckliche, weil ich, also erstmal habe ich immer so Phasen, wo ich dicker und dünner bin. Das heißt, ich kann eine ganz große Amplitude an Klamotten dann immer wieder alle drei Jahre tragen. Punkt eins. Punkt zwei, bin ich noch nie nach der Mode gegangen, sondern habe mir immer was gekauft, was mir gefiel. Das heißt, ist mir sowieso schnurz, was irgendwie modern, unmodern, es kommt eh alles wieder. Und abgesehen davon upcycle ich und dann Abendkleider von meiner Mama und Abendkleider von, also meine Abendkleider vom ersten Abtanzball und sowas. Ja, weil irgendwie und sei es, dass es irgendwie Schüler oder mal ein Konzert in der Schule, wo eine Schülerin einen tollen Auftritt braucht, dann braucht sie ein Kleid und dann habe ich eins. Und ja, wie das dann manchmal so ist, also ja, ne. Und der Schrank, vor zwei Jahren habe ich schon mal echt, echt, fast die Hälfte ausgemistet, weil klar war, dass wir, dass ich mich reduzieren muss, wenn wir das hier so verändern im Haus. Aber es ist immer noch zu viel, es ist immer noch zu viel, aber dabei, wie gesagt, ich kaufe 98% bei Genbrook, bei Mission Afrika in Afani, Second Hand und wenn man da Kleider, ne, ein tolles Kleid für 6 Euro, dann, ja, dann hat man das halt. Ich meine, wie gesagt, also, aber ich verschenke denen auch recht viel, also das finde ich dann auch gut oder, ja, oder ich mache was Neues draus. Nichtsdestotrotz habe ich festgestellt, jetzt auch bei diesen Stricksachen, also ich kann nicht so weitermachen, dass ich so viele Strickpullover oder für mich Sachen herstelle, das geht, das geht nicht, das fasst der Schrank nicht und ich trenne mich dann manchmal auch schwer, wenn das viel Arbeit war und ich denke mir, aber ich habe ja so viele Ideen, die überholen mich ja immer so, dass ich so viele Ideen habe, was ich machen wollen würde und was ich mir vorstellen würde als für ein Projekt, für einen Erwachsenen oder was ich will und da habe ich mir gedacht, ne, also einige Projekte, die musst du einfach in klein arbeiten, da sind so viele Kinder, wir sind, ich bin ja mittlerweile mit meinen über 60 Jahren in einer Generation, wo ganz, ganz viele Babys bei den Freundinnen, Freundinnen, Kinder und Freundekindern und Verwandtschaftskindern kommen und überhaupt Kinder, Kleine da sind und ich habe jetzt beschlossen, ich mache eben halt denn öfter mal ein Projekt, das man auch für Erwachsene skalieren könnte, also größer machen könnte, mache ich das in klein, dann könnt ihr das auch als Impuls nehmen, natürlich sieht es anders aus, gerade auch bei dem, was ich euch gleich zeigen werde, aber vielleicht kann man sich trotzdem eine Vorstellung machen. Diese Sache, die erinnerte mich, da kriegte ich, willkamm ich den Impuls von Dani aus ihrer Wollküche oder ich gucke nochmal nach und verlinke das in der Infobox, sie hatte auch dieses Herzchenmuster und das Herzchenmuster, das war mir schon oft aufgefallen und sie hatte da, glaube ich, hier oben in der Rundpasse ein Herzchenmuster und ich dachte mir, das kann man auch von unten durchziehen und da habe ich diese kleine Strickjacke hergestellt aus den Resten des Garns, das ich noch hatte von der Nordseeljacke. Ja, das Herzchenmuster, das kann man auch als Tutorial finden, ist wirklich sehr, sehr einfach, man sticht drei tiefer, zieht ihn nach rechts, strickt drei ab, zieht ihn nach, zieht ihn noch wieder ins gleiche Loch rein, in dem man gewesen ist und zieht ihn nach links. Nächste Runde strickt man die beiden Maschen zusammen. Das ist das Herzchenmuster. Dazwischen ist Kraus, also links. Genau. So, gibt es aber auch Tutorials für. Ich gucke mal, was ich da alles verlinke, das wird noch eine Teilarbeit für sich. Ich habe das also Ganze durchgezogen, wenn man es für einen Erwachsenen macht, würde natürlich die Optik anders aussehen. Das sieht hier jetzt sehr grob aus, es sei denn, man würde für einen Erwachsenen wirklich vierfach die Wolle nehmen. Man würde die vier Fäden auf einmal nehmen. Dann könnte man eine sehr grobe Jacke machen. Das ist allerdings nur was für sehr, sehr zarte Menschen. Dann kann ich es mir sogar gut vorstellen. Sonst wäre es eben halt ein feineres Muster für eine Strickjacke. Aber geht ja. Was ist der etwas besondere Effet? Okay, ich habe hier, ich werde übrigens am Ende des Videos, ich habe da noch so zerlegte Teile, manche Fotos, Konstruktionsfotos gemacht und die werden am Ende des Videos noch kommen. Ich habe hier den Arm gestrickt und dann eine Schulterpassage noch. Die habe ich dann praktisch noch mit hochgestrickt aus dem Ärmel. Der Ärmel kommt also hier an und dann habe ich rechts, links abgenommen und dann habe ich hier das noch gestrickt. Und zwar, damit es auch hier so ein Absatz ist zur Schulterpassage mit Noppen. Genau, damit sich das also nicht aussieht wie gewollt, aber nicht gekunzt, sondern dass man das auch wirklich als Design dann mit drin hat. Ich finde das ganz schön, dass das die Punkte sind zu den Löchern, die hier sind. Oben habe ich dann einfach rechts, links ganz schlicht. Hier habe ich eine Schlaufe. Wo habe ich eine Schlaufe? Da habe ich eine Schlaufe für den Knopf, weil ich finde, das ist so eine Taillen Sommerkleidjacke. Und hier unten auch nur rechts, links also einfach aufgehört dann. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe hier einen Knopf gefunden in meiner Knopfdose. So ein kleiner Hut, Blüten, ist natürlich blau, ist auch für ein Mädchen, denke ich mir. ich weiß es noch nicht. Oder ob ich eigentlich wollte ich einen Telmut-Knopf. Ich weiß nicht, ich muss nochmal graben. Ist natürlich auch wieder niedlich, wenn man so einen Knopf hat. Also ich weiß es noch nicht. Das wird am Wochenende entschieden. Und dann kann das kleine Mädchen das bekommen. Aber so ist es halt, weil ich meine, dann macht man sich eben halt Gedanken dazu. Und übrigens mit dieser Passage hier oben, das habe ich schon mal für meinen Sohn gemacht. Das habe ich euch mal mit rausgenommen. Und zwar, ihm passt er nicht mehr. Der ist inzwischen, ja ihr wisst ja ein bisschen wie er gebaut ist. Der ist jetzt eher für mich wieder rum. Da habe ich es damals genauso gemacht. Da habe ich, der ist ein ganz schlichter blauer in diesem schönen Blauton wieder. Ich liebe den ja auch. Den kann ich jetzt also gut tragen. Da habe ich auch genau das gleiche Phänomen. Also sprich, Arm und dann hier oben, könnt ihr das gut sehen? Ja, seht ihr, ne? Das dann da oben gegengenäht hier an der Stelle. Ja. Sodass hier den Ärmel Ups! Hier habe ich den Ärmel auf, also hier habe ich das geteilt, das Rundstricken. Dann habe ich hier einmal hochgestrickt und dann hier aufgehört. Und der Ärmel fließt hier hier dann eben halt rüber. Ne? Und dann das Ganze nachher mit dem Kragen, der dann umgeklappt ist, ne? Da so doppelt da gegengesetzt. Also diese Art mit der Schulterpasse, ich finde, die sitzt so ganz gut. Also mir gefällt das. Also ich finde, es sitzt immer, ja, es sitzt gut. Es sitzt gut auf der Schulter. Und das kann man sicherlich auch als Strickjacke für einen erwachsenen Menschen übertragen. Ne? Genau. Jo. Das ist irgendwas 75, das Knäuel hatte ich noch. Zwei Knäule hatte ich noch und deswegen jetzt ist es quasi fast zu Ende. Vielleicht haben wir noch einen kleinen Rest. Das ist Baumwolle zum größten Teil und etwas Poly, aber ich hatte das noch. Also ihr wisst ja, Stash-Abbau ist halt so. so. Das waren jetzt erstmal die fertigen Projekte. Ein paar Gartenbilder jetzt erstmal zwischendurch. Ja, der Frühling lässt sein blaues Band. Nicht Fahni? Fahni hat natürlich auch ein blaues Band als mehr. Neuer seht, also ich habe die Blautöne erstmal ein bisschen zusammengegriffen. Das ist aus der letzten Zeit von dem letzten Podcast an. Insofern nicht unbedingt synchronologisch, weil, mal mehr erwähne, das ist die Waldhürzinte, die liebe ich auch sehr. Und der Günsel, ne, der ist ganz toll für Hummeln und ja, also es explodiert gerade alles. Vergiss mal nicht, dass es sich selbst ausgesät hat. Finde ich auch immer schön, wenn sowas passiert. Es schwirren, also wahnsinniges Leberblümchen, ganz, ganz viele Insekten herum und wir essen fast jeden Abend Wildkräutersalate. Ja, die Sumpftotterblume ist bald vorbei. Die Kamelia, ein Traum wirklich. Also, ja, Osterglocken waren natürlich auch da und Narzissen verschiedenster Art. Ja, Schlüsselblume, die ist jetzt auch schon fertig. Da ist es auch noch ein bisschen früher im Jahr. Da sieht man das noch gerade, das war im Anfang April, dann war das Mitte April und jetzt seht ihr, wie dicht das alles schon ist. Das ist der Abendstimmung von gestern und das ist das Bild, von dem ich meinte. Ja, dann geht's weiter. Dann habe ich so in der späteren Corona-Phase habe ich dann wieder anfangen können, ein bisschen YouTube zu gucken und dann habe ich die Videos von Wollkekse, die hat sie vor fünf Jahren aufgezeichnet, hervorragende Videos auch zum Thema Färben mit Lebensmittelfarben. Und ich habe ja bisher immer schon mit Lebensmittelfarbe oder mit Pflanzenfarben aus dem Garten eben halt gearbeitet, weil ich einfach selber habe eine Geschichte mit Quecksilber und Vergiftung. Insofern bin ich mit solchen Sachen sehr vorsichtig und das muss ich nicht wieder haben am Leben und insofern daraus resultieren auch zum Teil die Allergien, aber das ist ein anderes Thema, da kann ich mal irgendwie aber auch nicht. Ist egal. Jedenfalls fand ich das wieder so inspirierend, dass ich mich wieder rangemacht habe, weil das war eine leichte Sache, weil wenn ihr euch die Färbevideos von Wollkekse anguckt, das kann wirklich jeder und es bringt unheimlich viel Spaß mit Ostereierfarben oder mit Lebensmittelfarben Wolle zu färben, denn ich habe mir bei Wollknoll, da kann man auch Spinnräder und all das für einen Spinnbedarf kaufen, da habe ich mir Wolle kommen lassen, Schuhewolle, Kammgarn und dann habe ich losgelegt. Ja und zwar habe ich ein Geburtstagsgeschenk losgelegt und zwar habe ich diese drei Knäule erstellt. So sehen die aus. Einmal habe ich so einen Kuchen da habe ich in die Mitte rein Oster Eierfarbe getan und außen eine andere und dann habe ich diese hier und das ist nämlich das hier weil das wird dann nämlich so da habe ich in die Mitte das Blau getan und außen hatte ich das Rot und dann habe ich noch ein bisschen ne stimmt gar nicht das muss das sein hierbei habe ich so das so gemacht rein in das Essigwasser mit der Farbe tunken 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 und dann irgendwann aufgehört und dann habe ich dann die nächsten Farbtopf und dann wieder tunken 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 und aufgehört und dann habe ich noch ich glaube ein bisschen das reingelegt in Essigwasser und Gelb gespreckelt also nochmal auf Hitze also ja aber so wirklich so experimentell und einfach so aus Laune raus einmal habe ich wie gesagt habe ich die mit dem ich weiß es gar nicht mehr das sieht mir vielleicht schon eher so aus seht ihr da wenn das seht ihr dass die eine Seite ist so und dann wird das nach da also das dieser Cake und dass ich das dann nach drinnen ein aber ich finde die total schön die haben also echt so eine tolle Wasserfärbung ja tolle Farbe ich denke sie kommt auch ungefähr so wie sie ist und die passen ganz gut zusammen hier kommen Töne rein die ins gelbliche gehen etwas und das wird der Übergang dazu dass es hier im gelblichen ist und dann dieses ja pink krabbige mit dem blau zusammen also ich bin ganz erfreut über diese das ist auch eine schöne Qualität und ja ich hoffe das Geburtstagskind wird sich freuen dann habe ich noch für das nächste auf den nadeln habe ich auch noch das werdet ihr gleich sehen was gefärbt und zwar mit mit waldmeister den ich im garten geschnitten habe getrocknet habe und dann habe ich noch einmal ein bisschen grün und da habe ich aber auch was aus dem garten was habe ich genommen Brombeerblätter und na aber dann auch Lebensmittelfarbe und habe diesen Strang erzeugt und wisst ihr was wofür ich den benutzen werde den benutze ich weil das liegt jetzt an jetzt ist mein Gehirn wieder dazu in der Lage glaube ich die Iris Strickjacke weil das kann ich mir toll vorstellen hinter der Iris Blüte als grün durchschimmernden Hintergrund also diese Wolle werde ich dafür benutzen ja genau ja sagte ich schon und wie gesagt also Wollkekse Färbetutorials mit Ostereierfarben kann ich euch nur raten ihr braucht einen Topf den ihr theoretisch auch weiter benutzen könnt weil das ist Lebensmittelfarbe und ihr braucht eine Essigessenz und irgendwie helles Garn ich glaube man kann auch so färben ist auch egal so und das bringt einfach nur Spaß macht das mal bringt echt Spaß und ja genau man hat mal so was eigenes diesbezüglich ja und dann habe ich mir dachte ich mir auch Wolle online Frau Locke da habe ich ja schon mehrfach bestellt da bestelle ich immer gerne weil sie so schön gefadete Farbtöne hat ich verlinke das unten auch da habe ich zum Beispiel die Farbtöne für die Kirschblütenpullover oder ich habe für die diversen Colorwork Projekte sprich die Colorwork Strickjacke die in einem meiner ersten Filme meine ersten Colorwork Strick Projekte die meine Strickleidenschaft in diesem Video gezeigt habe da sind ganz viele Garne von ihr weil ich ja die sind zwar gefacht einige haben Probleme damit aber ich finde es ist eine Sache der Nadel dann ist es kein Problem und ich arbeite damit sehr sehr gerne und ich finde die richtig schön und man kriegt tolle Wollen auch ja und das in Anlehnung an das Tanja Steinbach Tuch da habe ich ja auch mit Wolle von Wolle online gearbeitet von Frau Locke und naja jedenfalls ich guckte da mal rein ach so ein Restepaket das doch mal spannend dann kannst du daraus vielleicht eine Decke häkeln weil Susanne Orient Bayerin hat mich ja da diesbezüglich auch immer noch wahrscheinlich im Blick ob ich da irgendwie so eine Decke häkeln habe ich auch vor bloß ich habe jetzt auch schon so eine Idee ich habe die andere auch noch nicht fertig die die corner to corner weil auf der Fahrt nach Farnö das war mir fast zu viel im Auto jetzt das wird so eine Decke die ich separat von mich hin häkeln aber die ist so schwer jetzt ich muss mal gucken also eine leichtere hat man wieder so eine Decke ja das ist genau das weswegen man immer wieder neue Projekte hat das ist echt naja ich dachte jedenfalls reden wir jetzt nicht weiter drüber halt unser Hobby ist so also es wird auch sein also ich habe mir eine Reste ich habe mir Reste kommen lassen zweimal Reste ich glaube es sind 34 Euro dann zusammen oder irgendwie sowas in dem Dreh ich habe das jetzt nicht nachgeguckt aber es ist nicht viel also ich glaube so ein Rest Kilo Rest mal zwei so was kam an für dieses dafür finde ich kleine Geld also erstmal tolle Farben und zwar dieses Rot es ist eine Spur weniger Orange es ist kirschiger ich weiß nicht ob ihr das guck mal wo das gut zu sehen ist ich weiß es nicht das steht drauf normalerweise 94 78 Gramm aber im Rahmen dieses Restepakets alles also eins zwei drei vier fünf dann die gleiche Qualität in einem tollen Blau da da sehe ich schon das das also da bin ich also eins zwei da sind 150 Gramm das hier drei kippt schon um also fünf Stück von denen ich kann das nicht halten ist ja auch wurscht ne so fünf Stück von denen fünf Stück von denen fand ich ja toll das sieht ja gar nicht Reste aus aber vielleicht hat Frau Locke gedacht zweimal Reste Pakete gucke ich mal was das da ein bisschen bisschen was was so zusammengehören kann denke ich mir dann Rosé kann man immer gut gebrauchen da habe ich zwei schöne Knoll das kann zum Beispiel dieses was ich vorhin schon meinte das grau rosé farbene Tuch was mir noch fehlt ne klasse echt genau der Farbton plus grau habe ich noch oben in meinem Vorrat hervorragend vielleicht auch für ein Projekt was ich euch gleich noch zeigen werde ich weiß es noch nicht und hier sind zwei schöne Blaugrautöne insofern wäre das natürlich genau das würde schon passen also ja und also das Rot spricht praktisch für so einen Sommerpulli also ich mal gucken also dann war dabei auch wieder diese Qualität das sieht mir sehr nach Merino also fühlt sich nach Merino an ich glaube es ist es auch das sind 100 und zwar viermal von dieser tollen Farbe ne vier von denen muss ich jetzt hier nicht so rumknistern waren in dem Restepaket und und ein Boppel ist der nicht irre auch der ist doch total schön oder also das ist Baumwolle Poly zwar ist nicht so unbedingt immer mein Teil aber in diesem Fall die Farben sind wunderschön und im Rahmen des Gesamten ist das natürlich irre ne für also gefällt mir total und da werde ich auf jeden Fall super Sachen mit anfangen können das sind tolle Farben ich weiß nicht ob Frau Locke jetzt in meine Kartei geguckt hat und sich angeguckt hat was habe ich bisher für Farben bestellt dann schicke ich ihr mal so die Reste die ich hier zusammensammle so in dem Farbschema ich weiß es nicht ich war als wenn ich es quasi selber ausgesucht hätte dieses Paket also ich bin super begeistert und dass die Qualität stimmt das weiß ich sowieso weil ich die seit Jahren verstricke aber man hört relativ wenig äh finde ich bei uns YouTubern und äh insofern im Rahmen der allgemeinen Auswahl vielleicht wollt ihr da auch mal reingucken weil wie gesagt sie hat so so schön man kann so schön diese Sachen durch der so durchgefädete Farben und das finde ich echt ganz toll also ich schreibe es auch nochmal in die Infobox aber ich glaube ihr könnt es lesen ne könnt ihr es lesen ja ne denke ich okay ja das waren also die Einkäufe und die Färbung ich muss jetzt mal kurz alles wegräumen meine Güte mein Mann sprach mich natürlich zum Thema Stashabbau an kennt ihr das man kann es eigentlich nicht wirklich beantworten oder man hat eigentlich kein Argument doch es bringt einem Spaß es macht Freude es macht Freude und für den Mann fällt ja auch mal was ab ne also ich meine ist ja nicht so okay die Strickjacke wartet ich denke das wird auch vor allem im Sommer echt weil ja oh vielleicht schon na die Zeit die rast so aber ich bin dabei kommen wir gleich zu ähm gut aber er hat ja auch schon mehrere Pullover bekommen so ist es ja nicht so ähm gut das leidige Thema äh nichtsdestotrotz ich habe so einiges wirklich abgebaut so ist es nicht da kommen wir nun ja mal gleich zu was ist auf den auf den Nadeln so auf den Nadeln also auf den Nadeln quasi nicht im Moment aber es soll wie noch auf den Nadeln sein ich bin noch nicht fertig ich habe von der lieben von lieben äh alles gewollt der lieben Andrea Eisenbart in Pötenitz Wollkaffee wisst ihr ja ähm da habe ich ganz tolle äh Wolle äh mittels Geburtstagsgeschenk das jemand da eingekauft hat äh zum Verspinnen bekommen und zwar eine Mischung aus Wolle und aus Baumwolle und zwar ist es dieser Farbton erst habe ich ein bisschen geflucht weil es für mich schwer war zu verspinnen weil ich bin ja immer noch Anfängerin und äh ja und dann habe ich das Ganze gefadet mit Tönen einmal Resten aus dem hier aus dem Tuch hier und mit aus dem Secondhandladen Genbro dem Knoll ähm habe ich das denn hier so ein einmählich reingefädelt was ist der tiefe Sinn dieses Tuches der tiefe Sinn dieses Tuches abgesehen davon also man kann letztens wie habe ich das jetzt nochmal getragen ah ja so bis jetzt aber ich bin noch nicht fertig na das ist ein richtiges Kuscheltuch na das kann man dann auch irgendwie noch mal so gucken also nehme ich wieder ab ob für meinen Hals ist es vielleicht genau richtig ne ist es nicht ist zu heiß ähm meine Idee dabei ist eine Sandbank zu stricken eine Sandbank es soll also so an Sandbank erinnern einmal ist ja dieses dieses äh ja einfach Perlmuster und natürlich kommt es je nachdem wie ich jetzt gesponnen habe noch ein bisschen unruhiger und hier wird es dann ruhiger ähm das Perlmuster ihr seht auch hier den Fade da praktisch ne äh genau und ich möchte jetzt eigentlich noch an dieser Seite asymmetrisch weitermachen und zwar mit dem Knäuel oder den Knollen aus dem Genbrugladen und zwar mit diesem Bouclet Knäuel das habe ich da noch bekommen das habe ich noch nicht gewickelt das werde ich dann wieder mehrfach fassen vielleicht mit also alles Genbrugware für wirklich drei von diesen Knäuel das und das noch größer für acht Euro und ich bin mir sicher die Qualität ist echt prima und ähm ja also das das gibt ja noch mal so ein wie Schaum wie Gischt äh auf der Sandbank diesen Effekt glaube ich wird ganz gut passen und dann werde ich das hier an der Stelle noch ergänzen mit diese mit diesem Bouclet Garn ne also kann ich mir ganz gut vorstellen und ähm ja Sandbank mein Sandbank Tuch ja man merkt einfach wo man herkommt ich meine das ist halt so ich bin halt mehr verliebt ne ähm ja dann geht's weiter dann habe ich äh ein T-Shirt angefangen gerade jetzt gestern vorgestern und zwar einmal aus einem Flohmarktfund auf Farnel Geilsk äh das ist die Firma ähm und das ist äh Leinen und Seide und Baumwolle ne Mischung und Wollhalle Maulbeiseide und ähm das habe ich dann das Ganze mache ich dann als Mischung und zwar stelle ich mir das so vor also hier oben es wird noch ein bisschen länger hier oben werde ich noch in dem Rotton häkelnd eine Bordüre machen das ist das Faunmuster ich weiß nicht ob ihr das erkennt besonders wenn es hier so ich habe achtmal das Faunmuster gemacht ähm und habe zwischen dem Faunmuster dann die Zunahmen gemacht für die Rundpasse genau und werde das denn hier abtrennen und ab hier wird dann auch nicht mehr weiter gestrickt also das wird dann praktisch wie so ein T-Shirt so so und dann mache ich hier nur noch weiter äh ob ich mit Faunmuster weiter arbeite ob ich schlicht weiter arbeite weiß ich noch nicht das wird sicherlich in dem nächsten Podcast mh da sind natürlich die Maschen verloren vorsichtig mit umgehen ähm werdet ihr sicherlich im nächsten Podcast sehen wie ich da vorangeschritten bin ähm ich habe vier von diesen Flohmarktknäulen von diesen hier und äh da seht ihr ja die Kohne ich meine ich komme damit hin müsste ich eigentlich und habe dann ein schönes T-Shirt erst dachte ich so ein bisschen in der Mischung sieht das ja aus wie alt gewordenes Hackfleisch aber nee also ist schon schön sorry ich bin manchmal ein bisschen skurril diesbezüglich glaube ich in meinen Assoziationen so weiter geht es dann habe ich ähm tatsächlich wo ist er habe ich nicht mitgenommen oh Gott muss ich gleich holen wahrscheinlich an meinem Semituch gearbeitet und zwar erheblich wisst ihr was das liegt jetzt drüben es ist sowieso schon so lang ähm ich habe wirklich so ein Stück weitergemacht also ich bin man könnte sagen kurz vor der Zielgeraden ja also kurz vor der Zielgeraden und da freue ich mich euch das demnächst zeigen zu können also das habe ich da habe ich auch eine Lösung gefunden aber das erkläre ich dann das nächste Mal das wird echt zu viel denn ich habe noch eine Sache die ich euch zeigen möchte und das ist einfach zu viel ich jetzt kommt eine einfache Sache weil die konnte ich einfach dann vor mich hin strecken obwohl ich auch dazu sagen muss dass ich da ein das wird ein muschelfarbener Pullover den ich am Strand auch mal überziehen kann der Brushter Packer ist ja irgendwas leichtes wenn es sehr warm ist und man abends dann nochmal was leichtes überzieht das ist eher was wenn der Wind weht im Sommer bin mitten dabei wie gesagt auf den Nadeln oben das habe ich selbst gefärbt das Garn mit dem Wollknäu mit der Wollknäu auf der Wollknäu Grundlage und der Rest ist Däscherbau ich erhebe mich mal unten ist vielleicht ganz interessant unten habe ich auch wieder selbst gefärbt soll so sand sandfarben sein dann habe ich hier bin ich aus dieser 2-2 bei den sandfarbenen bin ich dann in links gegangen in Rippe praktisch rechts links Rippe dann habe ich die linke Rippe zusammengestrickt jeweils in der nächsten Runde habe ich einen Umschlag gemacht und dann abgekettet und ganz zum Schluss habe ich das Ganze mit einer festen Maschenkante umhäkelt das ergibt diesen Abschluss und den werde ich auch ganz genau so den werde ich auch ganz genau so bei den Armen machen und ich werde auch diesen Abschluss hier oben machen ne als aber in dünnerer Variante wahrscheinlich bei den Armen muss ich gucken wie ich da hinkomme es gibt natürlich etliche Fäden aber ich habe natürlich auch sehr sehr viel Stashabbau gemacht aber wie gesagt ich zeige euch die Knäule im Abspann wie sie aussahen als ich sie gefärbt habe also ihr merkt ich habe also ordentlich rumgefärbt weil das ist einfach ja man legt seinen Knäuel da in Essigwasser wartet eine Stunde dann macht man einen Topf bringt man einen Topf aufs Feuer packt seine Farbe rein legt sein Wollstück rein wenn die Bläschen da kommen sprengt eventuell noch ein bisschen und dann schaltet man den Topf ab und nachdem es da vor sich hin geblubbert hat eine Zeit lang und dann ist es das dann lässt man es abkühlen wäscht es aus und man hat seine Wolle und das finde ich total schön übrigens habe ich hier noch ein kleines Gimmick eingebaut von dem ich noch nicht weiß schlussendlich wie ich das finde aber naja ich habe hier noch seht ihr das wie sie sehen ich muss nicht mehr kommen jetzt seht ihr es ne genau Moment ist das blau hinten sieht man das jetzt ne sieht man auch nicht sieht man das eben sieht man das grau oder hier dunkel ich weiß es nicht also ihr werdet das wahrscheinlich sehen wenn ich das mal trage dann könnt ihr das sehen wahrscheinlich also irgendeine kleine Lochmustergeschichte aber ja wie gesagt einfach nur Streifen und wie das bei Streifen immer so ist man kommt ganz gut voran weil man eben halt von Streifen zu Streifen denkt dass die Streifen hier sind identisch wie weit ich da mit dem Abschluss da werde ich variieren wie ich hier hinkomme aber es ist ein schönes Teil das man eben halt dann am Strand tragen kann als muschelfarbenen Pullover ja das waren die Projekte die auf den Nadeln waren jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zur Planung und ich würde sagen erstens reicht es mir von meiner Stimme und zweitens reicht es euch wahrscheinlich weil ihr schon da zu viel von mir gesehen habt dieses Mal aber es hat sich halt angesammelt ähm ja also in Planung sind äh eigentlich so äh zwei Sachen ähm einmal ähm die dänische Freundin Mona die auch ähm die wir im Sommer wiedersehen werden auch die ich sehr lieb hab auch ähm die hatte sich Reimers Norweger Pullover also mit dem Let Lopi diesen Türkisen angezogen letztens oder war von einer Zeit lang schon und sie hat das würde mir auch stehen ich sage ja würde dir auch gut stehen und ähm sie hat so einen typischen skandinavischen sie ist so grau meliert toll es ist immer die Ideen haben immer so einen tollen Style drauf also und äh sie möchte gern so ein Let Lopi in Grautönen mal gucken mit einer Kontrastfahrung muss man sehen und ähm ja und das wird sicherlich ein Projekt werden was in Angriff genommen wird nachdem ich Reimerscher Jacke auf jeden Fall weitermache Samis Tuch hoffentlich zu Ende mache den Iris die Iris Strickjacke auf jeden Fall vorantreibe zumal ich die schöne Wolle dazu gefärbt habe dann erinnert euch dann habe ich doch diese Rechts-Links-Geschichte diese Wickel diesen Wickel-Bolero der ist da auch ach ja das wollte ich euch auch noch erzählen ich habe doch dieses wie so Zelt mit diesem Grau und dann hier unten Rostrot Orange da habe ich doch so ein Croc-Pullover gemacht die Arme sind auch fast fertig habe ich jetzt heute auch nicht gezeigt weil das wird alles zu viel und das ist auch keine Sommerware aber ich habe auch sowieso eine andere Überlegung dazu ich werde da unten dieses Rechts-Links-Bündchen wieder aufmachen weil ich daraus ein Kleid machen werde genau für den Herbst nachher und zwar es ist ja relativ weit und dann werde ich nach unten in Enger werden bis zu den Knien und da praktisch ein Rechts-Links-Bündchen machen das finde ich ganz toll die Idee und das wird sicherlich ein schönes schönes warmes Winter Kuschelkleid werden aber das mache ich nicht jetzt das wird definitiv weiter weg geschoben weil das ja genau aber die anderen Projekte sind es schon und dann bin ich infiziert worden und das werdet ihr nächstes Video sehen also das muss ich anhäkeln es muss sich anhäkeln es lässt sich nicht ändern ihr werdet es sehen und ich würde mich freuen wenn dieser Kanal dadurch ein bisschen unterstützt wird dass ihr euch es vielleicht auch mal anguckt weil die hat nicht so viele Abonnenten aber ich finde das so toll was sie sich daraus gedacht hat und das Ding muss ich haben ich muss das Ding haben ich bin schließlich Nordseedern ne genau so jetzt hoffe ich dass ihr nicht von diesem erwischt werdet mehr von wie also es ist nicht weg es ist nicht weg ähm und ähm weil man kann es überhaupt nicht gebrauchen es ist so schönes Wetter und es ist so schön in der Natur gerade und man könnte es genießen und dann liegt man da und kann nicht buh sagen also insofern ich wünsche euch alles Gute ich hoffe ihr habt trotz meiner Stimme äh die Podcast Folge jetzt äh glücklich hören können und äh ich möchte jetzt fast nicht das Wort bald in den Mund nehmen aber ich bemühe mich immer so schnell wie möglich wieder bei euch zu sein seid ganz ganz lieb gegrüßt und äh denkt dran ich schicke noch paar Bilder hinterher zwischendrin habe ich ja auch schon Fotostrecken dann reingebracht ganz liebe Grüße eure Kirsten hehehe Vielen Dank.